Der Schmerz, das Blut, alles bricht auf, zerreißt, zerreißt, bricht auf, die Körper brechen auf. Meine Frau möchte, dass ich ihr erzähle, wo ich war. Und warum erzählst du ihr nicht, wo du warst? Weil es da nichts zu erzählen gibt. Zyklop bricht mir die Finger, er bricht mir die Arme. Wohin? Wohin? Das ist das Ende. Wer sind wir? Wir sind nichts. Wir sind nichts mehr als Blut, Sehnen und Knochen. Und nicht wenige sagten, sie könnten sich unter dem Begriff der Heimat nichts vorstellen. In der Angst, im Tod. Aber nichts zählt mehr. Nichts. Keiner zählt mehr. Die Frau, bei der Odysseus ist, heißt Calypso. Calypso ist eine Nymph. Einer ihrer unzähligen Verehrer nimmt ungebeten das Telefon ab und sagt, wer Odysseus? Den Namen habe ich noch nie gehört, Herr Polizist. Das ist das Ende. Wer das hier überlebt, wo geht der hin? Was soll noch kommen? Ja, was?